hallo meine lieben freunde da sind wir wieder bei sticks master of shadows mit sticks ja wir haben in der letzten folge actor getroffen und sind ihm ein bisschen gefolgt und ich würde sagen das machen wir jetzt weiter waren die richtung unterwegs okay ja auch neue aufnahme station nach stimmt da habe ich die hier umgebracht da die uns mit diesem schnaderadats weg gemacht warte ich muss mir wieder goldharz besorgen da wir go the room of the plans isn't far i stop here i don't want to be there if you start fiddling with stuff left by corberus thank you for bringing me this far excuse me but what are you what i mean i never had dealings with something with someone who looks like you well there ain't anyone who looks like me that's why your mother like me so much now fuck off i got work to do tschuldigung hier ist nix das heißt ich kann mich hier nochmal umschauen hier ist nix mehr ich würde mal gerne mal nach oben gucken aber ich glaube da kann ich komme ich nicht hoch oder ne nehme ich den offensichtlich ihren weg hier ist nix mehr gut hier ist nix mehr Schwört da bestimmt irgendwo einer rum, oder? Oh nein! Boah! Okay, sieht nicht so aus, wenn hier jemand ist. Da sind zwei. Da liegt noch so ein Ding an. Das heißt aber, ich mache erst mal hier auf. Okay, das war cool. Das war das, was ich eigentlich nicht aufmachen wollte, aber gedacht habe, dass das aufgeht, aber... Naja. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall durch. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Ah ja, der hat Goldharz. Da muss ich gucken, ob ich dem das stibitze. Jawohl. 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 So, Baupläne sind weiter unten. Ups. Ja. 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 Klar. Ja. 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 Das ist gut. Ja. Ja. Da ist noch ein Hebel. Hier sind auch noch zwei von den Bügeln. Das heißt, ich warte erst, bis der hier wieder zurück geht. Und dann weiß ich genau, ob ich genug Zeit habe, da hinten das Ding aufzumachen. Oh. Das ist doch kein Goldsiegel. Ich muss wieder warten, bis der wieder da ist und wieder zurück geht und der hier rumlatscht. Das Licht dahinten brauche ich nicht auszumachen, weil hier scheint eher die Sonne rein. Das brauche ich also nicht. Das ist doch neig. Das ist doch einstes Mal. Das ist doch einätig. Das ist doch ein CAT. Das ist doch einätig. Das ist doch einätig! Oh Gott, ich hätte auch außenrum irgendwo gehen können, sehe ich gerade. Das schreckte mich so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann immer gegenüber die Gingsten, die ich bald wo bin Dann Sehr schön Ach du Scheiße Oh Damn Sonne of a bitch. Anyway, I better get back and study these maps more closely. Soon I'll know the atrium with the back of my knee. Ha. Hier sind noch andere Inschriften. Hier ist noch eine. Ich gehe noch einmal durch. Mal gucken, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Was ich mitnehmen könnte. Vielleicht noch einen Goldharztrank oder so. Den ich definitiv brauche. Scheint nicht so weit. Hier war ich ja schon überall. Ne. Dann gehe ich mal in Verbrennungsraum. Ach nee, Verbrennungsraum. Das ist doch der Raum, wo ich, äh, ist denn nicht da, wo ich herkomme? Von meinem Versteck, wie der gerade gesagt hat. Wie geht es? sieht nicht so gesund aus wenn ich herunterfallen würde also das war madrid ja da bin ich schon mal gespannt was war das denn? habt ihr gesehen? das ist ein Zeichen da unten ist so ein Kristall äh, ein Dingens oh nein ok, falscher Fehler ja, das war mein Fehler aber er hat ja wohl noch gespeichert das war ja nicht so schlimm da habe ich gar nicht gesehen ja nein, wo soll das Schlüssel da kommen nein, kein freundlich kleiner Schlüssel hinter der Hände sogar wenn sie es verdient haben dann musst du deine Stats sonst ist es ein Stats und alles geht mit ihnen für die in den I-Quartiers wird es weniger Pottatoes für Essen aber für uns wird es sicher sein so schau das in deinen Schäden Dem geht es aber gut. Gut, dass der so klein ist. Die Zipfelmütze. Die zappelt ganz komisch. Kommt der jetzt hier hoch oder nicht? Na, macht der. Huch, was war denn das? 1, 2, 3, 4 Stück. Da war doch nichts. Ich habe nichts gesehen. Ich würde es euch sagen. Hier ging es ja runter. Da brauche ich ja nicht lang. Oh nein. Verdammt. Ich habe das. Ich könnte da hin. Ging wohl doch nicht. Ich habe mich erfolgsfrei gescheitert. Das war nichts. Ops. Da war nichts. Da kommt der wohl nicht da hoch. Ach da also. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habt euch alle geirrt! Das verdammte Kreature ist wirklich schnell! Machst du mich allein schon hier unter dem Tisch nicht sehen? Aber was? Da ist ein Intruder in der Region. Ich bin auf deiner Seite! Puh! Guck mal, den hab ich vergessen hier! So, speichern! Was muss ich da runter? Und der hat Goldhastrank, glaube ich, unten am Gürtel. Mal gucken, wie der läuft! Das solltet ihr eigentlich nicht machen! Ist das Goldhastrank, was der da hat? Naja, das ist irgendwas anderes. Was ist das? Ich bin sicher, dass etwas in der Reihe ist. Oh! Oh! Ja! Das ist wirklich ein Wastungsgericht. Er hat sich nicht verabschiedet. Oh! 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 Was? Super! Ja, super! Kann ich da nix machen, ey! Vier Leute! Vier Stück! Ich hatte mich da gesehen, Mann! Ich bin auch unter der Laterne gestanden. Ist es ja klar, dass ihr mich sieht. Aber ich hab hier gespeichert. Scheiße! Ach ja! Ja! Oh! Toll! Toll! We got nowhere to go! Ah! Oh my god! Ey! Ah, ehrlich. Das Spiel war trotz dessen. Trotz dass ich hier draufgehe. Total Spaß, ey! Nicht rennen! Oh! 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 Ich bin hier drauf! Ich bin hier drauf! Let's go! Tch! Ah, da bin ich zu früh runtergesprungen. Mäste! Mäste! Ich probiere mal was anderes. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Ein Monster! Es geht weg! Let's go! Es kommt von dort. Ein Monster! Das ist mein... Tschüss! Oh Mann. Ah, herrlich. Jetzt habe ich aber wenigstens gespeichert an der richtigen Stelle. So, also hier ist glaube ich auch da nichts mehr hier oben. Hinten ist da ein Heiltrank. Das ist aber echt. Monster! Don't let it get away! Grab it! There! Too armed! The enemy is here! Let's go! Ah, wir geht's hier raus! Oh! Shit! Where did it... It's getting away! It's so loud! Where were you? Where did it go? Now, it's gonna be around here somewhere. That's it. Get out of here. If you want to be cut to pieces, I'll get you next time. Ich dachte ich völlig falsch wieder. Ich dachte ich völlig falsch wieder. Oh, wir sind! Oh, wir sind... Hm. Möchte dem seinen Goldharztrank haben. Ich teste mal eben was, also jetzt noch nicht, erst wenn der, wenn der nochmal hier ist. Okay, es geht nicht. Da hinten ist ein Hebel. Okay. 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 Hey, hey, hey. Okay. Okay, jetzt weiß ich wo ich bin. Dann muss ich da wohl doch an den Schalter ran. Okay. 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 nur dahin ich muss nur aufpassen was der hier macht ja ja vorher mir ja okay der bleibt auch hierhin hmm hier komme ich nicht weiter hier Hm. I don't even want to think about what they're burning here. Trash, threatening letters, assassination orders, disappointing wives. Letters covered in finger marks that idiots think they're sending to their families. The unofficial history of Akinash. Bad conscience. Makes for damn good fuel. Sowas nenne ich erstmal volle Konzentration, Leute. Tis-tis. hollis. I got a letter from a Capitol Hill here and a half a barrel. Tis-tis. Tis-tis. And I have to go first. Tis-tis. Tis-tis. And you're going to pick me up. ich werde hier mal ein kleines Päuschen erlegen und sagen wir sehen uns beim nächsten Mal, sind es schon wieder 40 Minuten da vergisst man die Zeit bei dem Spiel sag ich euch, bis dahin denkt an das Däumchen, euer Wobra, ciao ciao